Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Sunway Chronicles 3. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja und damit herzlich willkommen zu euch zu Sunway Chronicles 3. Jo, beim letzten Mal haben wir ein bisschen in die Gegend angeguckt, unseren ersten Miniboss fertig gemacht, sind von der Klippe gefallen und bekämpfen jetzt einen Uncor. Letztes Mal waren wir mit ihm verbündet, jetzt sind sie unsere Gegner. Stay off my life. Was ich übrigens letztes Mal noch nicht erwähnt hatte, das zeige ich euch gleich. Der erste Erweiterungspass zu Sunway Chronicles 3 kam schon raus und ich habe mir den Seasonpass schon geholt. Das kann ich euch ja direkt mal hier eben schnell zeigen. Wartet, Erweiterungspass. Guckt hier, da habe ich mir hier dieses Versorgungspaket schon geholt. Da habe ich ein paar Verbrauchseinsatz bekommen, ein bisschen was an Ausrüstung und habe sogar ein bisschen Kleidung für die bekommen, aber keine Ahnung wie ich sie nutze. Der Rest könnt ihr schon so Beispielkleidung sehen. Ja und das zweite Paketchen ist hier noch in Arbeit, da kriege ich mal auf meine neue Heldung irgendeine Kampfrüfung. Das wird sich alles noch zeigen. Weiß ich was. Das sind fiese Pflanzen, die mich nur beißen wollen, um deine Frage zu beantworten. Siehste, sage ich doch. Die lassen wir jetzt aber in Ruhe. Support der Call, wir lassen sie in Ruhe, nicht umgekehrt. Hier sind richtig viele Krabberieche. Hm. Bin ich jetzt gezwungen zu kämpfen? Ach komm, die schaffen wir, die Paketchen. Ein Nestern-Krabberieche. Das sind die. Zack. Erstmal machen wir diesen Nestern-Krabberieche fertig. Danach machen wir die anderen alle fertig. Äh, die anderen werde ich aber höchstens wahrscheinlich alle skippen. So Leute, das war der letzte. Wir haben alle Faronis-Krabberieche fertig gemacht. Und hier ist eine Hülle. Kriegst erstmal ein Lied. Mögest du im Frieden ruhen. Dieser dunkle Nebel hier neben mir macht mir Angst. So, was ist diese komische Minifabrik, die ich gerade eben schon sah? Keine Reaktion. Das wäre damit geklärt. Wie kriegen wir diese Container auf? Dann kriegen wir wahrscheinlich auch diese Maschine an. So, kletter Noah, kletter. Wir wissen, wofür dieses Maschinendings ist. Können Sie mir hier helfen? Auf es. Hier geht's. Hm. Die kriegen wir jetzt aufgeladen. Das stimmt irgendwo. Aber ich glaube nicht, dass es der Innere, der brauchbar ist. Das ist immer ein Zylinder dabei. Ist auch leer, offenbar. Ja, jetzt haben wir gar keine Versorgung mehr. Dann hol mir mal den Äther. Der, äh, äh, schon immer sehr wichtig war. Äther-Kanäle. Siehst du in der Landschaft ein grünes, grünliches Licht. So befindet sich dort ein Äther-Kanal. Du solltest die Chance nutzen und deuten den Äther einsammeln, um deine Äther-Zylinder aufzufüllen. Hier höre ich einen Äther-Kanälen-Kanal und drücke A um den Äther in einem Äther-Zylinder zusammen. Wie viel habe ich? Ich kann hier einfach runterhüpfen, ne? Ja, ich überlebe's. Und da ist doch nichts, was mich umbringen will. Boah, da sind ganz viele von diesen Tasma-Viechern. Die lassen mich doch nie und immer in Ruhe und Frieden an das Teil ran, wenn ich jetzt an dem vorbei will. Einmal einen großen Bogen um die drehen. Das ist eine ganze Kolonie von denen. Ah, zwei Zylinder. Ne, drei Zylinder habe ich damit aufgefüllt. Hm, klingt nach einer guten Idee. Dann starten wir das Ding mal neu. In manchen Orten in der Ionis findet man Bracks von alten Feronisten. Es ist möglich, die mithilfe von Äther-Zylindern neu zu starten. Wenn Feronis und Brack wieder aktiv sind, kannst du mit seiner Minifabrik Items herstellen, aus Containern seltene Items erhalten und es als Rastpunkt nutzen. Oh, das klingt sehr praktisch. Es ist eine sehr gute Frage. Also hier kann ich gleich Items herstellen. Das würde mich auf jeden Fall am meisten freuen. Und ich kann sogar ein bisschen Level boosten. Erwache zu neuem Leben. Oh, cool. Bin gespannt, was ich alles herstellen kann. Ich bin gespannt, was ich alles herstellen kann. Da wollte ich so wieder mal drang gucken, wenn das Ding sehr interessant gerade eben schon aussah. So, runter. Gönnen. Da ist ja sehr viel drin. Versenschutz-Nopon-Puppe. Ach, ich habe euch ja noch gar nicht gezeigt, was die Ausrüstung, die ich aus dem Teil bekommen habe, kann, ne? Äh, es waren diese drei nötigen Items hier. 10% Chance, auch bei Techniken Nutzung, die Aufladung zu behalten, habe ich Lance gegeben, damit er das Umwerfen öfter macht. Das sollte ich, glaube ich, aber eigentlich eher mir geben. Ich habe mir das Nopon-Band gegeben. Ne, mir habe ich das gegeben. Ich, äh, ich bin voll dept. Spellsocken habe ich gerade bekommen. Rückbreitresistenz um 20 Punkten. 10 Punkte. Blockrate 32%. Okay. Das kann nützlich sein. Das gebe ich Lance. So. Dann nütze mir jetzt erstmal hier den Punkt. Und steigern alle mal. Als ob ich nicht einen gerade reparieren kann. Der Hintergrund ist auch wunderschön, ne? Die haben alle nicht genügend Bonus-RP gerade so, dass ich sie hochreboosten könnte. Wie ärgerlich. Macht mal wenigstens eure Kleidung sauber. Könnt ja nicht mehr dreckiger Kleidung rum, meine Leute. Die Mini-Fabrik. Ich bin gespannt, was ich damit alles herstellen kann. Mini-Fabriken in der Nähe jedes Verones-Fax befindet sich eine Mini-Fabrik, die gegen Zahlung von G-Sammel-Items und manch auch seltener Items herstellt. Ach, mehr nicht? Ich dachte, ich könnte damit jetzt Aussüstung herstellen. Ja, 300 G habe ich. Dann mach mal. Oh, da kommt ja richtig viel raus. Das ist Glück. Wenigstens kann man mal ausruhen, ne? Hä? No Pons. Neue Freunde. Von Toto. Ah, ein freier, äh, freies Lebewesen. So was sieht man selten, glaube ich, hier. Was für, äh, verstreuend. Wie gemein. Ich glaube, dass es noch wesentlich mehr als diese beiden Nationen gibt. Bitte Ausrüstung. Oh, ich kann unnötigen Scheiß verkaufen. Oh. Man kann die auch instant alle verkaufen. Wie nett. Leckerwurst kaufst du nicht an. Ja, das sind alles ganz krass. No Pons sind die geborenen Händler. Bei jedem, äh, Spiel ist keine so krassen Händler wie No Pons. Also, weil sie den Zenoblade spielen. Ja, ich werde zu einem Stammkunden. Definitiv. Überall. Oh. Ich kann jetzt einfach das Roastzeug verkaufen. Ja, das geschieht sehr unkompliziert. Dankes, Contonto. Ja, Mann. Ein bisschen Pause hier. Ich muss auch das Zeug dahinten noch einsammeln. Automatisch verkaufen. Eines oder anderen Nutzen werden automatisch an die Händlerinnen des Contonto verkauft. Hast du bereits den Maximum möglichen gelben Betrag erreicht? Verschwinden sie einfach. Und jetzt hier die No Pons Münzen. Tausche diese Münzen bei No Pons Münzen Burst gegen Items. Oder nutze sie für folgendes. Kollektionskarten, Aufträge, Kochen, Juwelenspieße, Klassenaufstufungen. Ich sag dir, diese Dinge sind mega praktisch. Kann ich die jetzt einfach immer und immer wieder nutzen? Ja, kann ich tatsächlich. 300 Reihen, äh 5000 rausbekommen. Bis da alles rauskommt. So viel Leckerwürste. Ich kann die beiden nicht ansprechen. Ah, ne, da sind sie. Ich wollte die gepeitschten No Pons ansprechen. Händler No Pons und Skotonto. Der hat sogar eine Quiz. Äh, sie. Entschuldigung. Was willst du denn? Oh, sie werden ein Handelsregister erstellen. Dann, äh, dann müssen wir erledigen. Auf Meister Pond. Okay. Äh, Händler Pond. He, 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 he. Okay. Mein Job ist es einfach, alle Händler irgendwie aufzurüsten. 19 Caravan. Okay. Das sagt schon, wie lang das Spiel ist. Die haben alle so interessante Namen immer. Da hinten ist auch ein Kigalder-Frosch, ne? Wenn man jetzt mal die anderen Fische anguckt. Das ist bestimmt ein Boss der Frosch da hinten. Er hat einen gelben Nopon-Stein. Okay, ich muss diese Steine einheimsen. Das kann man ja gerne nebenbei machen, ne? Diese Quest, die wird ewig dauern. So, bei den Nopons will ich auf jeden Fall die beste Beziehung aller Zeiten haben. Weil das sind die Händler. So, was zum Verkauf eh gerichtet war, das haben die, ja, Instant-Eingeheimsten, ne? Was habt ihr denn so im Angebot? E-Tab wäre um 5%. Oh, die haben sehr schönes Zeug. Das sollte eventuell die eine hier haben. Das könnte eigentlich auch ganz praktisch mal sein. Ey, nicht mir, bitte. Jetzt habe ich drei Bundfeder gekauft. Ich demlack. Nein, egal. Wir werden nicht so oft kaufen müssen. So, bei dir wäre die Bundfeder ganz gut aufgehoben. Später kann ich die ja mehr ausrüsten. Du willst ja eigentlich auch eher die Aufmerksamkeit auf dir haben. Aber bei ihr ist es nochmal wichtiger. Ich wollte nur eine davon kaufen und habe drei gekauft. Ich bin so ein Genius, ne? Alter, die Nopon-Puppe ist 5000 wert, ey. Der Auto aus Gleicher ist 9900 wert. Den Silbergutten werde ich mir auf jeden Fall irgendwann nochmal anlegen. Aber wie viel manches wert ist. Das bringt nur zwei Prozent mehr, ne? Diese Hardcore-Version davon. Es gibt ja auch so verbesserte Versionen von so manchen Items. So, ich muss ja natürlich nochmal hier ausruhen. Da kommt jetzt eine Haupthandlung. Die wird natürlich fortgesetzt. Und die ganzen No-Pots um einen herum fühlt man sich irgendwie sicherer. Weil wo die No-Potentler sind, da ist das meistens friedlich. No, no, no! More to the right! Right there! Start lowering! Make sure it's airtight. Stand around here. Finer than Ruska-Flower. Ich könnte ein Triple-Weld machen. Sure. Long als die Output ist stabil. Ja, Sir! What's up with the K-Rounds? We're too cashier short. Hope you didn't snuff up the order. I don't know, okay? Got a problem? Take it up with logistics. We're just a dirt-ranked colony. Low as they come. You think the castle gives a crap? A Queen's Oath. This pisses me off. We get better scores than any sparking colony out there. Did you know, for ten-ranked field rations, I hear they get Arden meat. Really? And us mudders? Trust me, you really don't want to know. I miss the good old silver days. Didn't have to rely on rations back then. We had cooks come and serve us right on the front line. Used to get Armu Sirloin we did. Seriously? Hey, what now? My own indiscretion has caused you difficulties. I'm sorry. No, we would never... Or apologies, Commander Ethel. That was all, uh, just banter. Believe me, we had no intention of... You enjoyed eating Armu's steak, did you? Uh, yes, I did. Tastiest food I ever ate. I liked it as well. And I hope we will have it again. So lend me your strength. Mom! Yes, Mom! Yes, Mom! I don't see what's wrong with Volf, personally. That's because you have poor taste. I'm jealous. Oh, well. Traded you my taste buds? No, thank you. My mouth would turn as foul as yours. Ha, ha, ha. True that. They cleared out real fast. I hear the attending consul. It's a particularly punctual sort of character. Please not another stickler for the rules. Can't be long now. Yep, got about five minutes to go. Whoa! Well, well, consul dear. Your reputation certainly precedes you. I'll be right back. Ah! Sparks' sake, der Hovertype? Ich meine, sie haben nicht den Memo über den Boden hier gehört? Oh, warum ist es so insufferably dusty around here? Ja, sicherlich. Der Ort befindet seinen Staten der Hovertypen. Die Schäden wird bald auf uns. Ich frage deine Säte, für nur diese kurze Zeit. Ist das so? Dann, zuerst die Problematik... Was ist mit all dieser Fog? Ich nehme nicht auf meine Vision, dass ich obfuskatte. Oh, forget it. So, where are my quarters? Yes, this way. What a filthy room. How the dirt rack has fallen. I suppose that would be something to take up with the castle. Arpharonis is an old model. I understand your displeasure. But please don't escalate this. Do I detect some defiance? No, no, that was never my... Relax, girl, I jest. Now then. Let's cut the chit-chat and talk business. I'd like you to eradicate some vermin for me. Vermin? By your leave, sir, we've detected no movement from Agni and Pharonisus around this area. Not Agnes. People, soldiers. A band of deserters from both sides. Well, something like that. Agnes and Kethys. Both. Ha! I think it's best you see for yourself. Hmm. This is expressly at the Queen's behest. Don't foul this up. Look. I feel like I couldn't hear you. build your heart. Do you feel about it? Was ist das? 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 Was? Was ist das? Was? 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 Was ist das? Was? Was? Was ist das? Was ist das? Was? 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 mit. Hauptsache ich kann mein Schwert nutzen. So, jetzt aber wirklich. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!